18 Hauscleaning Hausputz Heute ist Samstag Heute haben wir Zeit Heute haben wir Zeit Heute putzen wir die Wohnung Ich putze das Bad Mein Mann wäscht das Auto Die Kinder putzen die Fahrräder Oma gießt die Blumen Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine Ich hänge die Wäsche auf Ich hänge die Wäsche auf Ich bügele die Wäsche Ich bügele die Wäsche Die Fenster sind schmutzig Der Fußboden ist schmutzig Der Fußboden ist schmutzig Der Fußboden ist schmutzig Wer saugt Staub? Wer saugt Staub? Wer spült das Geschirr? Wer spült das Geschirr? Wer spült das Geschirr? Wer spült das Geschirr?